Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. In diesem Video geht es wieder um Black Ops 3 und zwar schauen wir uns alle Perks der E3-Version von Black Ops 3 an. Und da die E3-Version natürlich noch eine Alpha-Version ist, kann es durchaus sein, dass sich da was verändert. Das heißt, es kann sein, dass sich einzelne Perks verändern, es kann sein, dass Perks rausfliegen oder dass neue dazukommen. Aber selbst wenn das passiert, bekommt man einen ganz guten Überblick, in welche Richtung das alles geht. Und wie bei Black Ops 2 ist es auch bei Black Ops 3 so, dass man drei verschiedene Perk-Kategorien hat. Und wieder ist es so, dass man einen Perk pro Kategorie ausrüsten kann und mit Wildcarts dann bis zu zwei aus jeder Kategorie. Das heißt, insgesamt kann man mit drei Wildcarts mit bis zu sechs Perks eben los und kann eben sechs Perks in eine Klasse stecken. Und ich würde sagen, wir kommen gleich zur ersten Perk-Kategorie. Den Anfang macht da das extra kugelsichere Weste. Das sorgt dafür, dass man weniger Schaden bei Explosives und Flames bekommt. Dann gibt es das extra blinde Überwacher. Das sorgt dafür, dass man von gegnerischen Luftscorestreaks nicht mehr erkannt wird. Weiter gibt es dann das extra Geist. Das sorgt dafür, dass man von der gegnerischen Drohne nicht erkannt wird, wenn man gerade läuft, wenn man eine Bombe legt, eine Bombe entschärft oder eine Scorestreak steuert. Ich weiß, viele von euch mögen Geist nicht ganz so gerne. Ich denke aber, dieser Man-muss-laufen-Kompromiss in Call of Duty Black Ops 2 und jetzt eben auch in Ghost ist ein guter Kompromiss. Im Prinzip ist es halt einfach ein Konter gegen die Drohne und solange die Orbitalsatelliten davon nicht betroffen sind, ist es ja nicht allzu schlimm. Weiter geht es dann mit dem extra Strahldämpfer. Das sorgt dafür, dass die ganzen Thrust-Jumps nicht mehr auf der Minimap angezeigt werden. Da sieht man eben sonst so eine kleine Markierung auf der Minimap und die ganzen Thrust-Jumps, die werden außerdem geschalldämpft. Das heißt, das Geräusch, wenn man diese Thrust-Jumps benutzt, die werden eben gedämpft und sind nicht mehr ganz so laut. Weiter geht es dann mit dem extra Nachbrenner. Nachbrenner sorgt dafür, dass sich die Thrust da etwas schneller aufladen. Das heißt, die Energie ist schneller wieder da und man kann früher wieder springen, kann früher wieder Thrusten. Und das letzte extra in der extra 1 Kategorie ist dann Übertaktung und Übertaktung sorgt dafür, dass sich die ganzen Spezialisten, Waffen und Fähigkeiten etwas schneller aufladen. Das heißt, wenn man zum Beispiel gerade mit dieser One-Shot-Pistol unterwegs ist, dann hat man die eben etwas schneller erreicht. Oder wenn man die Fähigkeit ausgerüstet hat, dass man für eine kurze Zeit schneller laufen kann, dann ist diese Fähigkeit eben auch schneller bereit. Wie viel schneller das geht, weiß ich leider nicht. Und damit kommen wir auch zur Perk 2 Kategorie. Den Anfang macht da das extra fest verdrahtet. Das sorgt dafür, dass man immun ist gegen die Konterdrohne, gegen Powercore und gegen EMP-Granaten. Was genau Powercore ist, weiß ich leider nicht. Und außerdem sorgt das extra dafür, dass man bewegungsausgelöste Ausrüstungen der Gegner nicht mehr auslöst. Das heißt, wenn die irgendwas hingehauen haben auf den Boden und das löst eben normalerweise aus, wenn man vorbeiläuft, dann ist das mit diesen Perken nicht mehr der Fall. Weiter geht's dann mit dem extra Plünderer. Plünderer sorgt dafür, dass sich die Munition und die Ausrüstung wieder auflädt, wenn man über Gegner läuft, die gefallen sind durch Kugeln. Das heißt, wenn man eben einen Gegner abschießt mit einer Waffe, dann lässt der so ein kleines Paket fallen. Wenn man dann dort rüberläuft, dann lädt sich das eben alles wieder auf. Das gilt allerdings eben nur für Waffenkills. Das heißt, wenn man einen Gegner durch eine Granate killt oder zum Beispiel durch eine Scorestreak, dann hinterlässt der kein so ein Paket. Man bekommt dadurch eben keine neue Munition. Weiter geht's dann mit dem nächsten extra und zwar mit dem extra Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit sorgt dafür, dass man die Waffe etwas schneller wechseln kann. Und außerdem kann man nach dem Sprinten etwas schneller anämen. Und weiter ist es so, dass man Granaten, die man gerade zurückwirft, resettet. Das heißt, dieser Explosionstimer, der wird zurückgesetzt und es kann eben nicht sein, dass die Granate in der Hand explodiert, weil sie eben schon zu lange am Boden lag zum Beispiel. Dann gibt's außerdem noch das extra Tracker. Das sorgt dafür, dass man einen digitalen Fußabdruck der Gegner sieht. Das ist recht schwer zu erklären, deswegen mal ein kleines Video dazu im Hintergrund. Da sieht man eben diese rote Linie am Boden, diese roten Punkte und das sind eben Fußabdrücke von Gegnern. Das heißt, man sieht eben einfach, wo gerade Gegner entlang gelaufen sind. Kann hilfreich sein. Ob's wirklich hilfreich ist im normalen Spiel, das bezweifle ich eher, muss ich sagen. Weiter geht's dann mit dem extra Aint ab. Das extra sorgt dafür, dass man mit einem Bonus bei den Scorestreaks spawnt. Das heißt, die ganzen Scorestreaks, die man mit ausgerüstet hat, die sind schon so ein kleines bisschen aufgefüllt. Man erreicht halt die erste Scorestreak und natürlich dann auch die anderen Scorestreaks ein kleines bisschen schneller. Und das letzte Extra in der Extra 3 Kategorie ist dann das extra Kaltblütig. Das sorgt dafür, dass die Sichtbarkeit reduziert wird bei zwei gegnerischen Perks. Und zwar beim Perk Sixth Sense und beim Perk Tracker. Tracker haben wir ja gerade schon besprochen. Zum Perk Sixth Sense komme ich später noch. Außerdem sorgt dieses extra dann dafür, dass man immun ist vor Scorestreaks, die gerade AI gesteuert sind. Also Scorestreaks, die nicht von einer Person gesteuert werden. Und weiter ist man damit immun gegen Thermalvisiere. Und weiter geht's dann mit der extra 3 Kategorie. Den Anfang macht dort das extra Techniker. Techniker sorgt dafür, dass gegnerische Ausrüstungen und Scorestreaks auf der Map angezeigt werden. Das heißt, die schimmern dann so rot durch die Map durch. Das kennt man ja auch aus anderen CODs. Weiter ist es dann noch so, dass man gegnerische Scorestreaks auf der Minimap angezeigt bekommt. Und weiter ist es noch so, dass man Abwürfe, die man eben schon auf dem Boden liegen hat, vor sich neu würfeln lassen kann. Das heißt, mit etwas Glück bekommt man dann bessere Abwürfe. Und aus dem kann man die Abwürfe auch umbauen zu fallen. Und wenn Gegner dann eben die Abwürfe aufmachen, dann explodieren die Abwürfe und töten eben alle, die gerade in diesem Umkreis der Explosion stehen. Weiter geht's dann mit dem extra Totenstille. Totenstille sorgt dafür, dass die ganzen Fußschritte leiser sind. Dann gibt's außerdem das extra Wachsamkeit. Das sorgt dafür, dass man die gegnerischen Schritte lauter hört. Dann gibt's außerdem das extra Taktikmaske. Das reduziert den Effekt von Flashbangs, Erschütterungsgranaten und Shockcharges. Weiter gibt's dann noch das extra Gung-Ho. Das sorgt dafür, dass man beim Sprinten aus der Hüfte feuern kann. Und dass man beim Sprinten Ausrüstungen und Granaten werfen kann. Und das letzte extra ist dann das extra sechster Sinn. Und das sorgt dafür, dass man auf der Minimap einen kleinen Indikator bekommt. Also so eine kleine Anzeige, wenn Gegner gerade in der Nähe sind. Und die Anzeige, seht ihr jetzt auch gerade im Hintergrund, ist nämlich etwas schwer zu erklären. Man sieht eben, diese Anzeige zeigt an vorne, hinten, links oder rechts. Das heißt, das ist schon mal eher ungenau. Und die Gegner müssen auch relativ nah vor einem stehen. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man da irgendwie komplett über die halbe Map erkennt, dass gerade Gegner kommen. Ob der Perk irgendwie overpowered ist oder nicht, kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen. Dafür habe ich den Perk zu wenig benutzt auf der E3. Ich denke allerdings, dass das ein Perk ist, den man im Auge behalten sollte. Gerade während der Beta im August, wenn dann ganz viele Leute spielen, wenn man lange spielen kann. Und ich denke, dann wird sich eben herausstellen, ob an dem Perk vielleicht noch was gemacht werden muss. Oder ob der Perk vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und ja, das waren die ganzen Perks der E3-Version von Black Ops 3. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser Liste sagt. Und welche Perks aus anderen CODs hättet ihr vielleicht gerne noch in Black Ops 3. Das würde mich mal interessieren. Und ansonsten war es das dann von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos und Gameplays sehen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.